Und ein herzliches Willkommen zurück bei Nier Automata, mit von Luia Gameplays als Hobby. Bei meinem ersten japanischen Spiel, so gesehen. Und, oder japanisches Anime-Spiel, was auch immer. Ich kenne mich mit dieser Szene nicht so wirklich aus. Und, äh, ja, wir sind noch relativ weit am Anfang, noch kein anderes Mal konnten wir speichern. Ähm, ja, schauen wir mal, ob wir das Wort schaffen. Oh, die Kamera ist mal wieder normal. Okay. Können wir die Fässer kaputt machen? Nee. Da ist grün, hier hinten ist grün. Aber hier kann man was machen, sich. Na gut. Und ich darf hier irgendetwas machen. Und da dahinter ist wohl wieder so ein Bosskampf. Super. Oh, also die Einheit der Goliath-Klasse. Sehr schön. Äh, ich würde gerne mal speichern. Aber schnell speichern, geht nicht. Wehe, wir sterben. Hey, wir tanzen müssen. Was denn sagstabend? Ich weiß, was er angeht. Okay, das nicht doubelt. Oh. Äh, ich wollte eigentlich gerade weggehen. Oh, oh, oh. Äh, was ist jetzt? Auf! Gerade habe ich mich gefragt, was denn jetzt? Oh, oh, oh. Was machen wir denn hier überhaupt? Oh, guck mal, was ist das denn? Wieder ein defekter Schlüssel. Achso, ich kam wieder weiter. Ich kann mir jetzt wieder zurück wegen der einen defekten Aufzug. Nee, ist immer noch gut. Komisch ist aber. Ich habe eine Art 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 gesehen, aber ich habe eine Art 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 gesehen. Vielleicht ist es nicht so, dass ich mich in anderen Bereichen verabschiede habe. Vielleicht ist das nicht so. Vielleicht ist das nicht so. Das heißt also, gleich wird etwas passieren. Wie wäre es mal mit Speichern? Geht immer noch nicht. Geil. Was ist das für ein Spiel, das man nicht speichern kann? Das ist echt mies. Ein Kristall erhalten. Schon wieder ein Kristall? Ehrlich gesagt, würde ich eigentlich gar nicht wissen, was mich erwartet gleich. Wie sieht mein Leben überhaupt aus? Kann ich das irgendwie sehen? Hier nicht. Ah, da, oben. Okay. Mittlere Erholung erhalten, aber da tut sich nichts. Das ist vor meinen Erfahrungsbalken. Ohne Erholung. Kristall erhalten. Sollte ich die Sachen eigentlich sammeln, oder sollte ich das lieber alles liegen lassen, damit ich es später sammeln kann, wenn ich fast tot bin? Ich habe nämlich keine Ahnung, was mich erwartet. Ein First Play Game, so gesehen. Ein Blind Game. Blind Play, irgendwie sowas. Die Ahnung, die sind nicht so weit, aber ich weiß, ob ich das nicht so weit weggehebte, wenn ich es nicht so weit weggehebte. Aber ich weiß, dass die Fälle nicht so weit weggehebte, was ich die Begründung der Begründung der Begründung der Begründung der Begründung der Begründung. Ja, das ist doch, was ich? Ja. Ah, super. Zwei von den Dinger. Oh, direkt rein. Yay! Ah, da komme ich gar nicht hin. Sehr schön. Ganz ehrlich, wie soll ich denn das überlegen? Ich glaube, es ist ganz gut, dass ich das auf der Mitte stehen habe. Hahaha. Äh. Bitte fast. Oh, super. Ganz ehrlich, was soll ich da machen? Warnung, ach nee. 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 einen kleinen Zahn, ach nee. 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 Was ist das? Weiter geht's oder was? Na super. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh. Autsch, weit getroffen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was? Steuerung? Ich kann ihm zwar hinziehen, außer da. Was war denn das jetzt? Achso, er hat die Schwachstätte gefunden. Oh. Oh. Okay. Okay. Wo ist denn das jetzt? Oh. 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 Es ist so schön, wenn ich mich nicht verletze! Ich bin ein sehr starkes Wettbewerb. Ich weiß nicht, was ich. 2B ist... Ich habe einen Geist. Nein. Es ist nicht notwendig. Es ist nicht notwendig. Waaah! 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 Ich bin schon gut. Ich bin schon gut. Ich bin schon gut. Ich habe das vorbereitet. Das ist ein Blackbox. Ich weiß. 5 6 20 10 6 Betula 10 10 Ich würde Spitzende? Wiederbelebter Körper. Okay, wir sind bei 22 Minuten schon längst angekommen. Das war es hier erstmal mit Nier Automata und von Löwe Gameplays als Hobby. Es ist ein bisschen heftig. Also auf schwer hätte ich das vielleicht eher die ganze Zeit nicht geschafft. Ich hätte ständig wieder von vorne wahrscheinlich anfangen dürfen. Ich glaube, wir lassen das Spiel darauf mittel. Das ist ein bisschen heftig. Speichern möglich. Speichern möglich. Yay. Komm, wir speichern erstmal. Wie nett. Vortritt speichern. Sehr schön. Und ja, was soll ich sagen. Wir machen natürlich auf mittel jetzt erstmal weiter, weil auf schwer ist dann doch ein bisschen heftig, nehme ich mal an. Wir sind ja am Anfang schon kaum hervorwärts gekommen, durften ständig wieder von vorne anfangen. Das war natürlich nervig. Ist jetzt natürlich nicht mehr der Fall. Wir konnten jetzt speichern. Aber so wie die Kämpfe hier ablaufen, ist glaube ich mittel dann doch ganz gut. Okay. Ja, wenn es euch gefällt, ihr dürft gerne einen Daumen nach oben da lassen. Beziehungsweise ihr dürft auch ein Abo da lassen. Dann kriegt ihr Bescheid, wenn der nächste hochkommt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bei einem anderen Let's Play oder auch wieder hier zum Glück hoffentlich. Und ja, auf Wiedersehen. Tschüss.